Grüß euch, ich bin der Christian Ramsiner vom LASK und ich besuche heute in Wienz-Griechmeier auf dem Hof, wo er aufgewachsen ist und schaue mir an, wo er sich Energie tankt. Servus, grüß euch, da ist der Wienz-Griechmeier von der energieige Sportfamilie und ich zeige heute in Ramsi, wo ich her bin, wie es dem Hof zugeht und wo ich mir Energie tankt. Wir waren eben in Kitzbühel und wir sind halt wandern gegangen auf der Streife und ich habe dann gesagt zu meiner Freundin, das kann nicht ihr Ernst sein, dass sie das wieder runtergehen, wenn das alles noch gefahren ist und Pickel hart. Es freut mich, dass du sagst, dass wir gestört sind. Ja, man muss eh ein bisschen gestört sein, aber wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen, so wie du mit dem Fußball aufgewachsen bist. Und wenn man schon langsam reinkommt, ja, dann wird man es ein bisschen gewöhnt. Wenn du mitfahren willst, dann muss man das schon ein bisschen ausblenden können und vorher riskieren. Welche Position möchtest du denn spielen, wenn du Fußball spielst? Ja, am liebsten bin ich auf der Bank dann. Schon? Nein. Also wenn wir kicken, dann haue ich die Chancen nicht rein, also Stürmer war ich keiner. Okay, so Innenverteidiger wie ich. Oder vielleicht irgendein Sechser oder sowas. Okay. Zu zerstören ein bisschen. Also daheim ist es am schönsten. Ich bin auch selten daheim und wenn ich daheim bin, genieße ich es umso mehr. Und ja, absolut, Energie tanken tut mir daheim am besten. Ich bin gefreut mich, wenn ich daheim komme und da mir einen Apfelstuhl gemacht habe. Also sowas gibt Schöneres. Bestimmt. Wir haben Chaboulet. Das sind Fleischrinder, französische. Ein Stückzahl weiß ich nicht, das kann ich nur schätzen, weil wie gesagt, das kann ich natürlich immer nicht am Hof. Ich bin nur der Knecht. Aber wenn du daheim kommst, packst du schon wieder an? Wenn ich daheim komme und mein Konditionstraining ist zuletzt, dann helfe ich gerne mit. Dann gebe ich mir die Arbeiten, wo es zum Anpacken ist. Wie gesagt, dann muss ich als Knecht ein bisschen aushelfen. Wenn wir einmal mein Brot und Wasser daheim verdienen. Und ja, also zwischen 60 und 70 Stück viel ich glaube ich. Alles zusammen. Das ist aber eine Gaudi und wie wir schon vorher geredet haben. Da danke ich Energie. Danke für die Einladung und für die Vorstunde. Und wenn du mal zu Eirast und im Land bist, dann komm vorbei bei uns beim LASK. Ja, ich kann mich gerne zuschauen. Perfekt. Alles Gute, gell? Danke euch auch. Gott Butcher. Danke. Gott ENDSCHOUS Untertitelung des ZDF für funk, 2017